Musik Also ich glaube, die Klappe ist schon sehr lange ein großartiger Wettbewerb für Craft in Deutschland. Der Grund, warum die Klappe so einen hohen Stellenwert auch genießt, ist die Jury. Die Jury besteht aus Produktion, aus Agenturen, aus Werbeleuten, aus Kunden und geht echt hart ins Gericht. Was ich halt auch echt schön finde, ist, dass es wirklich eine Chance gibt für Nachwuchs auch nochmal einen Film zu machen oder sich nochmal auszuprobieren auf der größeren Bühne. Das macht schon Spaß. Wir freuen uns natürlich über die Auszeichnung. Es ist einfach immer schön Gold zu gewinnen. Wir kamen halt hier in den Saal und haben so gute Produktionen gesehen. Und ja, ich dachte eigentlich nicht, dass es dann noch Platz hat für unsere Idee oder unseren Film halt. Wenn man dann Gold gewinnt, das ist wie wow. Man kommt in der Kommunikation durch, wenn man einen Unterschied macht. Man nimmt die Leute mit, wenn man ehrlich ist, authentisch ist und eben auch ein bisschen aneckt. Und das wünsche ich mir von den Arbeiten in der Zukunft. Und die Klappe wird immer den Scheinwerfer genau darauf richten, diese Arbeiten zu finden. Musik 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 Vielen Dank.